Hi, Morgen! Mal sehen, ob man mich erkennt. Ziemlich fester, also ich bin beim dunklen Zug gelaufen. Jetzt wird es langsam hell. Ja, wir gehen wieder schöne Übernachtung im Wald. Hier, Tiefschnee, okay, ich glaube man sieht nichts. Echt ein wenig dunkel. Ja, vielleicht sieht man mich jetzt. Minus 3 Grad haben wir, also noch im grünen Bereich. Ja, wir machen schön Feuer, dann wird es eh warm. Ja, da wo wir hingehen, ist so ca. 800 Meter hoch. Ja, und soll so minus 7, minus 8 Grad heute Nacht geben. Ja, ein guter Schlafsack dabei. Also, no problem. Schön, ich glaube ich filme wieder, wenn es hell ist. Trotz Schnee müsste es eigentlich reflektieren, aber man sieht auf dem Display zumindest mal nichts. So sehr. Bye. So, jetzt ein Zeller. Und noch weniger Schnee. Hier sind schon Leute gelaufen. Ja, jetzt bin ich aber fast ein Tridag unter. Und ja, das liegt halt auf 400 Metern tiefer. Ist klar. Ja, mein Streeberg. Ja, geil. Ja, ich muss gleich ein wenig weilen, wenn sich der Zug noch verwischt. Weil ja, mit dem Schnee dauert man doch ein wenig länger. Und ja, gerade oben bei Schonachweit ist schon ein wenig tieferer Schnee. Ja. Ja, hier kann ich auch wieder ein wenig schneller machen. Ja, ich treffe mich wieder mit den Kumpels. Und dann feierst du mal wieder ein runde Leckerzug. Also, jetzt laufen wir mal statt Filmen. Bis denn. Ja, geil. Voll gepackt. Richtung... Keine Ahnung. Auf gut Glück. Gucken wir, was wir finden. Da ist ja auch eine Höhle in der Nähe. Und ja, da ist so ein geiles Fels. Da bin ich mal gespannt. Da hat es nicht. Nicht so viel Schnee. Also geht noch hier. Ja, minus zwei Grad wäre hier noch. Ja. Schön. Das sehen wir nachher, wenn wir einen schönen Platz gefunden haben. Yeah. Da ist schon mal ein Fels. So eine schöne Pfad. Ja. Ja. Not too bad. So. Hier ist schon mal ein spektakulärer Fels. Süßer Kleinsthöhle. Ja. Gell. Gell. Das kleine. Seine. Oder die Röster tief. Boah. Gell. Ein wenig zu eng. Ja. Ahja. Jetzt suchen wir einen Lagerplatz hier. 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 Boah. Vorher glatt mit dem Laub hier. Ja. Ein bisschen außer yolk. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Bellags. Gellig. Boah, echt cool. Oh, nochmal Höhle. Boah, wieder ein wenig klein, ja? Das ist ein kleiner Unterschluck. Oh, ja geil. Da kannst du pennen. Da kannst du pennen. Schön trocken. Süß. Eissapfel. Ja. Sehr lecker. Ja. Kollege. Gut, aber wenn ich nichts besser... Ich bin da. Ja, genau. Okay, geil. Geile Lager. Kumpel Masi. Sag Hi. Hallo. Hier machen wir eine fette Feuerstelle. Ja. Guck mal kurz genauer. Sollten wir so aufbauen. Die Orangentürmeres mache ich in Karinze rein. Dann habe ich die noch drunter. So, dann wird es lang zu fehlen. Soll vielleicht doch nur minus fünf wäre. Die andere sage minus sieben. Na ja. Guck, dann habe ich es hier schön abgespannt. So schön dicht und ich kann. Und falls, wenn es noch stürmt, klappe ich dann das rum und mache zu. He he. Ja. Andere Kollege. Ah ja. Voll geil. Das ist schon mal schon ein richtiger Weg. Da war vorher nichts. Mütlich. Und hin ist Feuer. Geil. Ich mache gerade noch ein wenig Tour. Allein. Und ein paar süße Höhlen. Hier. Hier. Lampen. Lampen. Oh, halb hier. Hier. Das scheint ganz eng. Okay. Das ist auch nichts. Kleiner. Einfach noch ein wenig rumlaufen. Gegen der Kunde. Das liebe ich. Da läuft vor mir auch noch keiner. So ist die Tage. Oh, da haben wir. Riesige Schwier. So einen schmalen Baum. Ja. Egal lange. Guck. Da waren wir vorher. Schaut gesperrt. Guck jetzt aber. Das ist leichter. Ja. Okay. Flach. Oh. 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 Deswegen ist das glaube ich auch abgesperrt. Scheiße. Da ist mal ein Baum. Hebel. Oh. Oh, das ist gefährlich. Oh. Boah. Jetzt nehme ich mir eine Taschenlampe. Kein Wunder, dass das abgesperrt ist. Ein Bosch-Seil. So. Jetzt leuchte ich mal. Das ist nichts. Oh, ist das die volle Stärke. Jetzt voll. Jetzt zoome ich mal. Boah. Gut, dass ich hier immerhin bin. Auch wenn man hier abrutscht. Weil es ist steil und durch den Schnee natürlich gefährlich. Boah. Da hebst du nichts mehr. Scheiße. Vielleicht mal besser zoomen. Ja, so. Da hat er gerade Podalrab. Da hat er echt Podalrab. Na ja. Also. Ah, Eulen. Eulenloch. Gut. Na ja. Da gehe ich wieder. Tschau. Mach langsam. Geil du dich aus. Ja, das ist schon super. Haha, okay. Fertig. Das ist ein schönes Gemüse. Das ist ein schönes Gemüse. Das ist ein schönes Gemüse. Jetzt haben wir Viertel und Elfe und die anderen gehen pennen, wenn ihr es seht, da ist noch ein Licht. Ich chill noch eine Runde. Ist zu geil, jetzt ist minus 5 Grad. Ja, geht für Viertel und Elfe. Soll ein minus 7 wäre aber. Ich glaube, wird easy. Gut warm reingepackt. Und hier am Feuer ist voll geil warm. Der Glut ist noch richtig heiß. Ich schiebe noch ein wenig nach und lasse es noch gemütlich ausbrennen. Ja, dann war es das. Ich glaube, morgen filme ich nicht mehr. Genau. Ich baue morgen früh ab. Dann geht es nach Haus. Ja, die lassen mich am Rottweil Bahnhof raus. Dann fahre ich nach Trieberg zurück. Und dann laufe ich noch eine Stunde durch den Wald wieder. Dann bin ich auch daheim. Aber ich liebe das. Tschüss. Also schön. Dann sage ich Bye-bye. Bis demnächst mal wieder. Ciao. Frau Achie. Vielen Dank.